Es gibt auch keine Diskussion. Die Republik ist hier, um die Bevölkerung von Corellia zu retten. Punkt. Wir sind hier, um einen Krieg zu gewinnen, Senator. Was bringt es, Leben zu retten, wenn wir diesen verdammten Planeten verlieren? Die Jedi sind gekommen, um die Bevölkerung von Corellia zu retten und ihren Planeten vom Imperium zu befreien. Wenn das nur jeder so sehen würde. Das Imperium hat Vernichtungstrupps zu unseren medizinischen Evakuierungszonen geschickt. Dieser mordende Abschaum hat unsere Verwundeten abgeschlachtet. Jetzt belohnt das Imperium diese Mörder mit Festen und Auszeichnungen. Sie feiern direkt vor unseren Augen und verspotten uns, bevor sie wieder nach Hause gebracht werden. Wir müssen zurückschlagen, bevor dieser Abschaum Corellia verlässt. Das Imperium muss erzittern. Ein Kriegsverbrechen mit einem anderen beantworten? Was soll das beweisen? Es wird den Imperialen zeigen, dass sie unsere Verwundeten nicht ungestraft töten können. Sie brauchen diese unmissverständliche Botschaft. Tausende Bewohner von Corellia wurden entführt, um dem Imperium zu dienen. Wir müssen sie befreien. Diese Bewohner wurden aus euren Gefängnissen entführt. Es sind Kriminelle. Nein. Sie sind in Gewahrsam und werden vor Gericht gestellt. Sie sind unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Und wir können sie nicht dem Feind überlassen. Unschuldig oder nicht, es sind Bürger der Republik. Das Imperium wird sie nicht bekommen. Oberbefehlshaber, wir haben fortschrittliche Kampfausrüstung vom Balmora erhalten. Wenn ihr euch mit euren Leuten meiner Sache anschließt, können wir euch ausrüsten. Das ist skandalös. Ihr wollt diesen Jedi bestechen. Das ist beleidigend und inkorrekt, Senator. Ich will den Oberbefehlshaber nur über alles aufklären. Er muss selbst entscheiden. Eure Rache muss warten, Colonel. Ich entsende alle meine Truppen zur Rettung der Zivilisten. Danke. Ich gebe euch die Koordinaten zu den Sklavenlagern der Imperialen. Wir werden Transporter bereithalten, um unsere Leute nach der Befreiung zu evakuieren. Der General meinte, ihr würdet uns helfen. Ich wurde falsch informiert. Unser Wissenschaftsberater erwartet euch. Er hat Informationen über diesen abtrünnigen Jedi, den ihr sucht. Er hat Informationen über den Sklaven in den Sklaven in den Sklaven in den Sklaven. Ich bin weg. Ich habe euch nicht gesehen, seit sich Dorf Angral in eine Molekülwolke verwandelt hat. Schön, dass ihr den Festivitäten beiwohnt. Diese Versammlung ist längst überfällig. Es gibt keinen Grund zum Feiern. Da draußen sterben Leute, Doktor. Solange die richtigen Leute sterben, habe ich damit kein Problem. Meine Suchdroiden waren auf der Jagd nach eurem Meister Braga. Sie haben feindliche Aktivitäten in zwei Gebäuden geortet, die an den Axialpark angrenzen. Sith-Teams unter Meister Bragas Kommando errichten Turbolaser in den obersten Stockwerken dieser Gebäude. Sie verbergen die Waffen, damit sie von außen nicht gesehen werden. Was sie auch vorhaben, es soll eine Überraschung werden. Die Turbolaser tragen den Codenamen Feuersturm, eine Adaption der Technologie aus Dorf Angrals Superwaffe. Tödlich und präzise. Die Turbolaser würden den Axialpark in ein wahres Inferno verwandeln. Niemand würde überleben. Ich bezweifle, dass die Bodentruppen von ihren Sith-Meistern über ihre Pläne aufgeklärt worden sind. Es scheint, dass die linke Klaue des Imperiums nicht weiß, was die rechte tut. General Varsatra will, dass die Turbolaser zerstört werden. Und da ich genau in der Feuerlinie stehe, fällt es mir schwer zu widersprechen. Für Sprengstoff und eine Transportmöglichkeit wurde gesorgt. Wir brauchen nur noch ein kleines Kommandoteam. Mir wurde gesagt, dass ihr eins stellen könntet. Zeigt uns nur, wo sich die Ziele befinden. Republikanische Transporter können hier nicht starten, aber es gibt in der Nähe ein Raumschiff-Museum, in dem eine imperiale Angriffsfähre ausgestellt ist. Der Feind weiß nicht, dass die Karolianer sie haben. Sie werden das Schiff für eines der ihren halten. Ihr könnt direkt zu euren Zielen fliegen. Ein beeindruckender Plan, Doktor. Setzen wir ihn in die Tat um. Eine Sache noch. Ich habe aus einigen der Protonentorpedos Sprengladungen gemacht. Lasst eine in den Lauf eines Turbolasers fallen und ihr schweißt ihn zu. Waffe neutralisiert. Begebt euch zur Fähre. Haltet die Sith auf, bevor sie diesen Park in eine riesige Grillparty verwandeln. Viel Glück.